Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Make-up Tutorial oder ein Make-up Look. Jedoch ist es so, dass jemand anders bestimmt, wie der Make-up Look dann schlussendlich aussehen wird. Und so habe ich mich dafür mit der lieben Sandra vom Kanal Sandys Leben zusammengetan. Also zweimal Sandra. Und ich habe ihr Sprachnachrichten geschickt und sie mir. Also jeweils mit den Anweisungen, welche Produkte man verwenden soll oder wie das aussehen soll. Also es gab da eigentlich keine klaren Vorgaben. Sie hat mir nur gesagt, dass meine Sprachnachrichten doch ein bisschen fieser waren als ihre. Also ich bin schon richtig gespannt, was sie mir geschickt hat. Und auch wie ihr Make-up Look aussieht. Also schaut euch auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Ich werde euch den Kanal und auch das Video dazu in die Infobox verlinken. Und ich würde sagen, ich lege mal los und starte mit der ersten Sprachnachricht. Hey liebe Sandra, ich freue mich so mega drauf auf dieses Video. Und ich freue mich so sehr, dass du mit mir diese Video-Challenge startest. Ich finde dich so unglaublich herzig und sympathisch. Und ja, ich freue mich immer noch wie so ein Keks. So, ich habe jetzt die Schminkschritte für dich. Und ich habe in jedem dieser Schminkschritte einige Aufgaben für dich zusammengestellt. Sofern du die nicht umsetzen kannst, darfst du dir gerne Alternativen aussuchen und diese auch verwenden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und ich bin so gespannt auf deinen Look. Oh Gott, wie süß ist sie bitte. Vielen, vielen Dank für diese liebe Nachricht. So, gut. Ich bin schon gespannt. Bevor ich mit den einzelnen Schritten starte, habe ich hier noch die erste Challenge für dich. Und zwar darfst du dir ein absolutes Lieblingsprodukt aussuchen, das du gerne verwendest. Egal ob es Foundation, Lippenstipp oder sonst was ist. Das darfst du verwenden. Und wenn dann diese Schritte kommen, dann tauschst du das einfach gegen dein Lieblingsprodukt aus. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Hey, voll nett. Also sorry dafür, dass ich ein bisschen fieser war. Aber ich, mal schauen, was noch kommt. Gut. So, fangen wir mit dem nächsten Schritt an. Und zwar braucht doch jede Haut eine intensive Pflege, oder? Deswegen, mach dir einen Kaffee oder einen Tee und leg erstmal ganz gepflegt eine Gesichtsmaske deiner Wahl auf. Und erzähl uns vor allem ein bisschen etwas über deine Hauptpflegeroutine. Verdammt. Darf ich hier ausswitchen? Ich habe mich bereits eingecremt, vielleicht können Sie das sehen. Ich habe schon augencremend alles aufgelegt. Verdammt. Ich würde jetzt dieses Austauschen nehmen, weil ich das eigentlich sehr ungern wieder abwaschen würde. Ich habe auch momentan, muss ich ganz ehrlich gestehen, keine Gesichtsmaske, die ich jetzt wahnsinnig gerne verwende. Also so ab und zu mal so Tuchmasken. Aber habe ich leider nicht. Das tut mir extrem leid, liebe Sandra. Aber ich würde, falls das okay ist, bitte schreibt es mir in die Kommentare, würde ich da jetzt gerne das Produkt austauschen. Und ich würde jetzt einfach mal die Produkte, die ich oben habe, lassen. Meine Hauptpflegeroutine, ja, die ist momentan so ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass ich nur im Homeoffice sitze und eigentlich auch sonst nicht wirklich sehr aktiv irgendwo draußen unterwegs bin. Also das ist wirklich so morgens so ein bisschen mit einem, mit einem, mit so einem, ja, entweder Wasser oder mit so einem Reinigungsschaum oder Reinigungsgel einfach mal so ein bisschen das Gesicht abwaschen. Und dann habe ich einen Toner, Augencreme und Gesichtscreme. Ich kann euch die Produkte, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, aber ich werde euch die in die Infobox verlinken. Das war es dann auch schon. Und abends mache ich eigentlich genau das gleiche wieder, weil ich habe momentan keine Nachtcreme oder keine Seren, die ich jetzt besonders gern verwende. Also ist leider ein bisschen sehr unspektakulär. Ab und zu mischen sich dann so Tuchmasken und so Augenpads drunter. Aber ja, momentan bin ich da leider ein bisschen faul. Ich versuche, das hier ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ja, ich denke, liebe Sandy, du hast da sicher eine bessere Hautpflegeroutine als ich. Aber ich mache jetzt einfach mal ein bisschen beschämt mit dem nächsten Schritt weiter, dass ich, ja, ein bisschen peinlich, dass ich den schon nicht erfüllen konnte. Aber voll süß. So, nachdem deine Maske eingewirkt hat und du eine wunderbar zack gepflegte Haut hast, darfst du mit dem Primer beginnen. Und der sollte nach Möglichkeit von Catrice sein. Voll nett. Ja, Catrice, natürlich, meine ziemlich gesamte Make-up-Sammlung besteht fast nur aus Catrice-Produkten. Ich muss ihn nur suchen, weil momentan herrscht so ein bisschen das Chaos bei mir. Ich muss noch die ganzen Produkte einräumen, weil mein Schminkzimmer sich in einen anderen Raum verlagert hat. Aber ich habe hier den Tensational Primer von Catrice und den finde ich echt am besten, weil er einfach wirklich die Haut super zum Strahlen bringt. Und, ja, ich mag das Ergebnis einfach, egal mit welcher Foundation in Kombination, der sieht immer super aus. Vor allem auch, wenn man nur Hautpflege aufträgt und sonst keine Foundation oder nichts, finde ich das Ergebnis auch viel schöner. Man sieht da einfach gleich einen Unterschied, weil die Poren minimiert sind. Das Gesicht kommt sofort zu einem schönen, natürlichen Glow. Im nächsten Schritt kommt jetzt die Foundation und zwar benutze hier doch bitte eine etwas höherpreisige. Und erzähl uns doch mal, warum du das Make-up so gut findest und ob sich dieser Preis für dieses Make-up, das du dir ausgesucht hast, auch wirklich lohnt. Hm. Okay, okay. Sie verknüpft das ursüß mit so Geschichten dazu. Also, auf die Idee bin ich nicht mal gekommen. Also, echt tolle Idee. Ich schaue noch gerade, ich habe echt nur Foundations aus der Drogerie. Also, ich glaube, die teuerste, also ich habe zwei, die, naja, teuerste oder preisig für die Drogerie sind. Ich müsste jetzt da nur mal schauen, welche teurer ist. Also, entweder die Fit Me von Maybelline oder die L'Oreal Perfect Match. Ich habe jetzt auf der DM-Homepage nachgesehen und beide Preise verglichen. Also, damit das auch fair ist, die L'Oreal Perfect Match Foundation hat gewonnen. Also, die kostet 13,95 Euro. Ja, ist somit definitiv die teuerste in meiner Sammlung. Ähm, noch immer ziemlich günstig. Aber, ja. Was soll ich tun? Also, ich verwende die jetzt sicher schon so seit ungefähr drei Jahren. Aber ich muss sagen, das ist wirklich mit Abstand eine der besten Drogerie-Foundations. Hm. Sicher gibt es auch günstigere, die ich auch gut finde. Also, zum Beispiel jetzt von Catrice und so. Aber die ist eigentlich wie so eine zweite Haut, finde ich. Die sieht, also wenn man, also natürlich man kann die aufbauen, aber die ist, obwohl die schon so eine mittlere, also wirklich gute mittlere Deckkraft hat, sieht die Haut trotzdem so natürlich aus. Also, als hätte man da so ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen, ja ein bisschen was oben, dass die Haut einfach schöner aussehen lässt, als, also einfach so die natürliche schöne zum bisschen hervorhebt. Aber, ähm, es ist jetzt nicht so auffällig, wie bei anderen Foundations, wo man einfach so komplett zugekleistert aussieht. Und das finde ich einfach so gut an der. Ähm, vor allem überhaupt, wenn man trockene Haut hat, die verleiht so einen schönen Glow und lässt die Haut irgendwie nie trocken aussehen. Und es geht mal weiter mit dem nächsten Schritt. Ich nehme an den Concealer. Auch ein gutes Augen-Make-up möchte vorbereitet sein. Und deswegen braucht es auch eine gute Grundlage. Benutze hier eine Eyeshadow-Base deiner Wahl. Ich habe eigentlich nicht so einen Lidschatten-Primer, also so einen klassischen. Ich verwende da eigentlich immer einen Concealer. Und der passt momentan am besten auch so, ähm, für meine Augenringe. Deswegen verwende ich den auch oben. Und zwar ist das dieser Löscher-Augenlöscher-Concealer von Maybelline. Da hält eigentlich auch der Lidschatten dann immer ganz gut. Ich blende das dann immer ganz gerne mit so einem Concealer-Pinsel und sette das dann mit einem, mit so einem losen Puder. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, das kommt nicht im nächsten Schritt. Aber ich mache das gleich, weil sonst setzt sich das wieder so ein bisschen in den Augenlidern ab. Also wirklich am gespanntesten bin ich jetzt wirklich schon auf diesen Augen-Make-up-Look. Ähm, ja, mal schauen. So, zaubere dir nun aus verschiedenen Braun- und Rosa-Tönen ein frühlingshaftes Augen-Make-up, aber du musst als Highlight ein kräftiges glitzerndes Pink verwenden. Oh, verdammt. Okay, Rosa- und Braun-Töne plus als Highlight-Glitz. Oh, mein Gott. Hm. Okay, aber sie hat gesagt, ich darf als Alternative, wenn es nicht möglich ist, kann ich auch hier irgendwas anderes verwenden. Okay, also ich muss wirklich dazu sagen, ich habe nicht sonderlich viele Lidschatten-Paletten, also im Vergleich zu anderen YouTubern. Ähm, deswegen, ich habe auch jetzt keinen Glitzer-Pink-Ton. Ähm, da tue ich mir wirklich schwer. Ich werde jetzt aber mal diese Mrs. Bella All Eyes and You Palette verwenden. Ähm, das Gute ist, die hat einen Braun-Ton, einen Rosa-Ton. Das schaut doch schon ein bisschen pink aus, oder? Also ein bisschen... Ich weiß nicht, aber ich werde es jetzt einfach mal probieren. Schaut, es ist so eine Mischung aus Glitter und Pink, also das eigentlich die Farbe, die einem kräftigen Pink am nähersten kommt, also näher wird es leider nicht. Ja. Könnte vielleicht noch eine Spur kräftiger sein, aber... Ich glaube, es ist okay. Ich hoffe es. So, wenn nötig, kannst du jetzt noch mit einem Concealer deine Kanten am Augen-Make-Up glätten und du kannst jetzt auch noch andere Haut-Unreinheiten mit Concealer abdecken oder was du auch sonst immer noch mit Concealer abdeckst. Und der Concealer sollte nach Möglichkeit die gleiche Marke sein wie die Foundation. Schuss. Ich glaube, ich habe keinen L'Oreal Concealer. Ich habe doch einen L'Oreal Concealer, nur ich befürchte, dass der ein bisschen zu hell sein wird, aber Sprachnachricht, die Sprachnachricht, und zwar ist der von dieser Infallible von, ja, auch L'Oreal. Der ist in der Farbe 327. Ich gebe da immer so ein bisschen was mit dem Auge, ja, Stirn und Kien einfach damit, falls der zu hell ist, das Ganze ein bisschen ausgeglichener aussieht. Weiter geht die neue Fahrt. So, benutze jetzt eine Mascara von Maybelline. Ich weiß, dass du eine besitzt. Und trage diesen zweimal hintereinander auf, beziehungsweise lasse die erste Schicht trocknen und trage ihn dann anschließend, wenn die erste Schicht trocken ist, noch einmal auf. Diese Frau kennt mich sehr gut. Das ist auch meine liebste Drogerie-Mascara. Also nicht, dass ich jetzt schon so viele High-End-Mascaras ausgetestet hätte, aber es ist definitiv die Lash Sensational. Ja, leider kein Eyeliner, aber ich glaube, dass es trotzdem ganz gut aussehen wird. Kannst du den Unterschied sehen? Ich meine, das ist so eine ganz, ganz dünne erste Schicht und, oh Gott, schließt wirklich perfekt diese Mascara. Ich liebe sie. So, ich lasse das Ganze jetzt, wie gesagt, ein bisschen antrocknen. Und dann mache ich das zweite Auge. So, ich mache jetzt einfach auch die unteren Wimpern. Da hat sie da auch immer so einen tollen Blick drauf. Irgendwie schaffe ich es nicht, die ganz normal aufzutragen, weil dann die ganze Mascara immer unter dem Auge klebt. So, zweite Schicht. Und das sind jetzt zwei Schichten Mascara und ich bin schon gespannt, bis es weitergeht. Da ich selber relativ wenig mittel Augenbrauen mache, überlasse ich die Wahl dir, wie du deine Augenbrauen schminken möchtest. Erzähl uns aber bitte mal, wie du deine Augenbrauen schminkst und was so deine Augenbrauen-Routine ist. Ja, ich verwende eigentlich seit circa einem Jahr nur so Augenbrauen-Puder. Das hier ist von You Star. Keine Ahnung, ob es die Marke noch gibt. Das war mal in so einem Advent-Kalender drinnen. Ich finde es ganz cool, weil da gibt es drei verschiedene Farben. Ich nehme immer diese hier und bürste die zuerst immer so ein bisschen in Form und fülle die dann auf. Also mehr passiert dann eigentlich fast nicht. Das eine Produkt verwende ich dann immer noch so ein bisschen optional dazu. Aber ich muss sagen, ich könnte wahrscheinlich ein bisschen mehr mit meinen Augenbrauen machen, aber ich kann es halt einfach nicht besser. Ich schaffe das zum Beispiel auch nicht, mit so einem Augenbrauenstift mir die irgendwie nachzuziehen oder mir so kleine Härchen zu malen. Ich bin hier leider sehr so schlechterin. Learning by doing. Ich versuche mein Bestes. Und ja, ihr könnt es jetzt sehen, wahrscheinlich so ein bisschen einen Unterschied erkennt man. Ja, ich lasse das jetzt auch so. Finde ich eigentlich ganz gut. Und wo ist denn das wieder? So, dieses besagte Augenbrauen-Gel ist von L'Oreal, dieser Plump & Set Eyebrow Artist. Habt es wahrscheinlich schon 35.000 Mal gesehen, falls ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt. Und das gebe ich wirklich nur so ein bisschen auf die Härchen drauf und bürste die nach oben. So funktioniert das eigentlich am besten. Und das hält vor allem super gut. Also die Augenbrauen bleiben dann den ganzen Tag dort, wo sie sein sollen. Und dann geht es weiter. Natürlich ist jetzt Frühling und da gehört natürlich auch ein frühlingshaftes Rouge dazu. Ah, cool, cool. So, ich zoome euch wieder ein bisschen weiter raus. Also ich glaube, bei den Augen sind wir jetzt fertig. Frühlingshaftes Rouge. Ich habe eigentlich eine Palette, die ich super gerne verwende. Aber, wie gesagt, ich habe momentan das blanke Chaos hier. Und ja, deswegen verwende ich ein Blush. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber das ist für mich so das einfach Perfekte für den Frühling. Und so ist das dieses Strobing Blush von Catrice. Und ich finde das einfach so schön, weil das drei Farben hat und die ineinander vermischt. Ergeben einfach so einen richtig schönen, frühlingshaften Ton. Vor allem, das hat gleich ein paar Euro gekostet. Und das ist super gut pigmentiert. Ich liebe es. Vor allem, es ist nicht too much. Also, falls ihr jetzt nicht zu viel seht im Video, nicht wundern. Also, es ist wirklich eher so ein Alltagsblush. Und, also ich sehe es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, aber es ist wirklich perfekt, weil ich mag diese extremen Farben nicht als Blush. Finde ich zwar bei anderen wirklich sehr schön teilweise, aber bei mir persönlich, ich sehe gerade, es sind gar nicht mehr so viele Nachrichten. So, da ich eine absolute Niete in Highlighten und Konturieren bin, fällt dieser Schritt jetzt auch einfach für dich weg. So freue ich dich mit meinem hier nicht vorhandenen Know-How entstelle. Dann lassen wir das einfach. Oh Gott, sie ist so süß. Okay, ja, ich glaube, dann lasse ich das Blush auch mal so. Hat auch Schimmerpartikel drin, obwohl ich Highlighter liebe. Also, Konturieren kann ich selber überhaupt nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das gleich dreimal probiert und es sah katastrophal aus. Highlighten tue ich sehr gerne, aber ich höre mal auf dich und lasse das weg. So, nun darfst du eine farbloses Puder benutzen und presse dieses vorsichtig in dein Gesicht ein und nicht mischen, nicht kreisen, sondern wirklich einfach nur vorsichtig pressen. Was war das jetzt? Ein farbloses? So, nun darfst du eine farbloses Puder benutzen. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist ziemlich gering. Ich glaube, zehn Nachrichten später kriege ich schon mit, was ich machen soll. Da habe ich drei, aber das finde ich eigentlich am besten. Und zwar ist das dieses New Delusion Powder von Catrice. Ja, ich nehme da immer eigentlich nur so ein bisschen was, was im Deckel drin ist. Und ja, nur ein bisschen was. Also, wie gesagt, meine Haut ist eigentlich immer relativ trocken. Also, ich gebe das eigentlich immer so ein bisschen auf meinen Concealer, um den zu setten. Wirklich nur so ganz, ganz leicht, weil meine Haut meistens sehr trocken ist und ich will dann nicht diese Trockenheitsfältchen noch ein bisschen... Und ich mag dann diese Trockenheitsfältchen nicht darauf beschwören. Waren meine Nachrichten wirklich so fies? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich habe sie erst vorgestern geschickt, aber... Waren die wirklich so fies? Ich weiß es nicht. Und jetzt ganz zum Schluss darfst du dir noch einen matten Lippenstift aus, der farblich zu deinem Augen-Make-up passt. Wie gesagt, Farbe ist egal, aber er sollte matt sein. Tja, gesagt, getan. Das ist super, weil ich habe fast nur matte Lippenstifte, beziehungsweise ich liebe matte Lippenstifte. Irgendwie glaube ich, dass der ganz gut passen könnte. Vielleicht ist der ein bisschen zu grell, aber ich verwende den jetzt mal. Das ist dieser Super Stay Ink Crayon. Der ist auf jeden Fall matt und vor allem super, weil mit dem kann man schön die Lippen umranden und dann ausfüllen. Also ich liebe diesen, also die Idee dahinter. Also ganz, ganz zufrieden bin ich nicht mit dem Farbton. Deswegen, ich nehme jetzt einfach mal von Essence diesen Color Boost Lippenstift Lipglas und gebe das einfach mal drüber. Mal schauen, ob das funktioniert. Es ist auf jeden Fall auch matt. Der Farbton gefällt mir dann schon definitiv besser. Falls das jetzt so ein bisschen glänzend aussieht, das ist, glaube ich, weil ich drunter einen Lippenpflegestift aufgetragen habe und nicht drunter gegeben habe. Ich voll Horst. Ja, okay. Aber nein, er trocknet. Also wird schon matter, wird schon matter. Und passt, glaube ich, besser dazu. Also finde ich ganz schön. Also ich glaube, dieses Augen-Make-up hätte ich mir so nie geschminkt. Aber ich finde eigentlich, so, muss ich in den Spiegel mal schauen, finde den Look echt super schön. Was sagt sie dazu? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare oder gebt es auch dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch der Look gefällt. Und ja, ich bin einfach begeistert, wie super diese Zusammenarbeit funktioniert hat und auch die Idee dahinter. Vielen, vielen Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich das mit dir machen möchte. Gerne mal wieder, gerne auch vielleicht auf eine noch fiesere Art oder fiesere Art oder irgendwie anders. Bin ich auf jeden Fall dabei. Also wie gesagt, schaut euch bei der lieben Sandy vorbei. Ich bin schon riesig gespannt auf ihren Look. und auch an alle anderen, die heute zugesehen haben. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!